Farbe. Farbe, seht ihr die Farbe? Ich zeige euch nur mal den Patch. Das ist der Patch. Seid ihr bereit? Die ist die krankeste, die ich bisher überhaupt gesehen habe. Drei, zwei, eins. Die muss ich weglegen, kann ich auch nix zu sagen. Kann ich nix zu sagen. Die habe ich schon mal gesehen verkauft. Das ist Wahnsinn. Das ist absoluter Wahnsinn. Ich traue mich auch gar nicht, die Karte anzufassen. Glückwunsch an Jonathan. Ich glaube, egal was jetzt kommt, das ist nicht zu toppen. Wie mecken wir jetzt, glaube ich? Seven, die Karte.